Oh, das wird richtig geil. Ich kann jetzt schon nicht mehr... Kann ich schon mal aufnehmen? Soll ich schon eine Aufnahme da? Ich hab schon, natürlich hab ich schon eine Aufnahme. Ich hab auch schon eine. So! Fabi, Alter! Ey! Slash! Wir können! Spiel aber trotzdem schnell den weiter. Wir können das ja im Studio einfach hören. Was? Spiel den trotzdem schnell weiter. Im Studio hört man nicht, ob das auf Klick ist oder so. Soll ich dann gleich weiterspielen? Theoretisch ja, aber für die Zusammenschnitte, die wir online stellen, hört man nicht, ob das auf Klick bist. Ey, Fabi! Fabi! Kann losgehen! Spiel? Pladen! Steck! We're. Wir haben jetzt was zum Ankleben, auf jeden Fall. Vielleicht, ich spiel ihn nur mal lieber nochmal. Du siehst aus, wenn du kacken würdest beim Schlagzeug voll angestrengt. Ja, ich versuch's halt wirklich gut zu tun. noch mal ich hab noch einen besseren Kick, also pass auf das wollte ich nur nicht einspielen, aber ich trau mich nicht das war super ruhig, ja einen noch, komm einen noch, wenn ich den jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich ihn danach meine Augen gehen irgendwann einfach zu und ich mach sowas und dann weiß ich dann immer was ich spiele Fabi? Ah Das war Das war Hä? Weiß ich nicht Ja nochmal, komm Das wird richtig gut Ich werde das später Das war Das war Das war Reicht, oder? Ja, Fabi sagt es gut. Dann ist es nicht gut.